Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Quatsch- und Info-Runde-Video, wie ihr es auch nennen möchtet. Und zwar dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Infovideo, wo ich euch mal ein bisschen die Situation von momentan erkläre und ein paar Infos über neue Projekte und sowas gebe. Also zunächst mal, wie vielleicht einige mitbekommen haben, bin ich bei Futurecraft raus. Das hat folgenden Grund, dass es mir dort einfach langweilig geworden ist und dass ich einfach Lust auf was Neues hatte, was ja im Grunde nicht verboten ist. Und deswegen bin ich da raus, auch wenn das manchen dort wohl nicht so gefällt. Aber das ist ja eine andere Sache. Ich habe mich übrigens hier auf meine kleine Veranda gesetzt und einfach, um ein bisschen zu quatschen mit euch, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ja, ihr habt vielleicht der ein oder andere zumindest mitbekommen, dass es, wie ich es ja angekündigt habe, bald wieder Mod-Vorstellungen kommen auf meinem Server. Ich habe jetzt auch schon ein paar aufgenommen. Wenn ihr natürlich Mods habt, die ihr gerne vorgestellt haben wollt oder die euch interessieren, dann könnt ihr mir gerne jederzeit Bescheid geben oder mir schreiben. Und dann kann ich gucken, ob ich den vorstellen kann und sowas und ob der spannend ist. Vorschläge immer willkommen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und zwar ist das ein kleines neues Projekt. Das Ganze nennt sich Durango City. Und wie jetzt vielleicht oder was manche auch schon behaupten, es wäre eine Kopie von Desperado. Zunächst mal möchte ich dazu einfach nur sagen, dass wir, also ich habe den Server mit aufgebaut mit noch zwei anderen, wir sind definitiv keine Kopie. Weil Kopieren bedeutet eins zu eins nachmachen. Und wir haben nicht eins zu eins nachgemacht. Im Gegenteil. Das Einzige, was wir übernommen haben, ist das Thema Wilder Westen. Und das ist einfach ein cooles Thema. Wir haben das vorher ja auch besprochen. Was für ein Thema nehmen wir? Was finden wir selbst spannend? Weil es muss ja uns Spaß machen. Wisst ihr, wir, wo in dem Projekt sind, wollen Spaß daran haben. Wir wollen einfach eine geile Zeit miteinander haben und cooles Roleplay haben. Also haben wir zusammen beschlossen, dass wir den Wilden Westen nehmen. Und das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen nicht in Desperado rein, sondern einfach, weil wir Bock drauf hatten. Wir finden das Thema Wilder Westen so geil und wollten das eben auch machen. Das hat aber noch nichts mit Kopieren zu tun. Ich meine, es gibt so viele Server und es gibt so viele Projekte, die im Wilden Westen spielen, was es schon vor Desperado gab. Also es ist doch frei, was man für ein Thema nimmt. Noch dazu haben wir eine komplett andere Story aufgebaut. Und bei uns ist es komplett anders als bei Desperado. Bei uns geht es weder um Zeitreisen, noch geht es bei uns, dass wir aus der Zukunft kommen. Bei uns gibt es das nicht. Bei uns ist es nur im Wilden Westen. Wir haben das nicht verbunden mit Futurecraft oder mit anderen Projekten. Wollen wir auch nicht. Weil es bringt nichts, weil genau dann wäre es eine Kopie von Desperado. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unser eigenes Projekt machen. Wir wollen ja unsere eigene Geschichte spielen und aufbauen. Das Ganze kann man auch auf unserer Homepage nachlesen. Da steht alles drin, die Regeln und die Geschichte und alles. Ich kann es euch ja mal kurz erklären. Bei uns geht es darum, wir hatten einen Sheriff und die Stadt war alles toll. Und alle lebten fröhlich und miteinander. Selbst die Indianer waren in der Stadt und lebten dort mit. Und es war dann so, dass der Sheriff ein sehr aggressiver Mensch war. Und er hat immer im Saloon getrunken und hat dann Streit mit den Indianern angefangen. Und die haben sich das halt irgendwann nicht mehr gefallen lassen. Also haben sie nachts die Stadt überrannt, haben Leute getötet und haben die Häuser niedergebrannt, worauf viele, viele Leute gestorben sind und auch die Stadt kaputt gegangen ist dadurch. Die Überlebenden sind natürlich geflüchtet von der Seite der Indianer genauso wie von den Cowboys die Seite. Und es waren dann halt nur drei Leute noch, die geblieben sind, um die Stadt wieder aufzubauen. Das ist einmal der Sohn des Sheriffs, welcher auch ums Leben gekommen ist. Und der jetzt der neue Sheriff ist. Das bin ich. Und es ist die Indianerin Milky. So, das ist unsere Story, auf die wir aufbauen wollen. Mit ganz verschiedenen Leuten, die sich beworben haben, verschiedene Charaktere. Darunter ist ein Bestatter zum Beispiel, was es bei Desperado nicht gibt. Es sind Banditen dabei. Es sind Goldgrieber dabei. Es ist so viel einfach nur, was verschieden ist. Klar, wir benutzen auch ein Modpack. Einfach, weil es das ganze Minecraft nicht so langweilig macht. Wenn man die ganze Zeit nur spielt, ohne Modpack, wird es irgendwann langweilig. Noch dazu braucht man halt verschiedene Modpacks. Klar kann es sein, dass da manche ähnlich sind. Oder sogar die gleichen sind von Desperado. Aber ich habe nichts abkopiert. Wie soll ich denn auch von denen die gleichen Mods abkopieren? Ich weiß ja gar nicht, was die für Mods alle benutzen. Das ist mein Handy. Der einzige Mod, wo ich wirklich weiß, was sie für einen Mod haben, oder zwei Mods sogar, das ist einmal der Moe Creations Mod. Aber den haben wir nicht auf dem Server drauf, weil wir den nicht wollten. Wir haben einen anderen Mod drauf, der auch ein paar Tiere auf den Server bringt. Und der Carpenders Mod. Und ja, den haben wir auch drauf wegen den Schließfächern. Zum Abschließen. Das ist aber auch das Einzige. Wir haben einige Deko-Mods mit drauf. Einige Mods, wo man Möbel mitbekommt. Wir haben einen Mod drauf, wo man die Crafting-Rezepte, wie ihr es hier seht, gucken kann. Ich meine, das haben bei Desperado auch nicht drauf. Also wir haben nicht die komplett gleichen Mods. Wie sollen das auch gehen? Die Mods sieht man ja nicht. Also von Desperado, die haben ja nicht freigegeben, was sie für einen Mod benutzen. Ja, die haben gesagt, die haben auf Live in the Woods, haben sie ein bisschen zurückgegriffen. Aber Live in the Woods haben wir auch nicht drauf. Weil der Mod beinhaltet irgendwas um die 100 Mods oder so. Und wir haben 24 oder 25 Mods drauf. Und das ist einfach nicht mit dabei, der Mod. Also ist es auch falsch zu sagen, wir würden die gleichen Mods benutzen wie Desperado. Es stimmt nämlich nicht. Ja, man benutzt Mods, die ähnlich sind. Aber hallo, das macht jeder, weil es einfach nur eine bestimmte Anzahl von Mods gibt, die man benutzen kann. Das ist einfach nur Tatsache, ja. Und ich finde es dann auch doof, dass manche, gerade YouTuber, zu anderen auf den Kanal gehen und anfangen, den zu haten. Ganz ehrlich, Leute, das finde ich unter aller Sau. Also, informiert euch doch bitte vorher drüber, ob wir Desperado 1 zu 1 abkopieren. Denn kopieren bedeutet 1 zu 1 nachmachen. Wir haben nichts 1 zu 1 nachgemacht. Wir haben, wie gesagt, eine völlig andere Story, worum es auch bei einem Roleplay-Server geht. Roleplay bedeutet eine eigene Geschichte sich aufbauen. Eine eigene Vorgeschichte, eine eigene Grundstory, ja. Und die ist halt komplett anders da als bei Desperado. Das ist einfach eine Tatsache, Leute. Schaltet doch mal euer Gehirn ein und denkt mal vorher drüber nach. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich jetzt anfangen würde, ein Let's Play zu machen von irgendeinem Spiel. Lass es mal, keine Ahnung, Outlaws sein, ja, oder Outlaws oder wie man es nennt. Dann kann auch jeder sagen, okay, ich habe das von anderen YouTubern abgeguckt und abkopiert. Aber das macht kein Mensch, weil jeder kann doch für sich selbst entscheiden, was ihm Spaß macht und worauf er Bock hat. Also, ich verstehe diesen ganzen Hate nicht. Wären das wirklich konstruktive Kritiken, dann würde ich das verstehen. Aber die Leute haten einfach nur aus verletztem Stolz, aus verletzter Männlichkeit oder sonst was, ohne vorher drüber nachzudenken. Ist es wirklich kopiert? Haben sie die gleiche Story? Benutzen sie wirklich eins zu eins die gleichen Mods? Wir haben nicht mal dieselbe Map, wie ihr seht. Und Desperado hat nämlich meines Wissens nach normaler Sand. Wir haben kein normaler Sand, weil wir das nicht mal wollten. Ja? Wir haben komplett andere Sachen. Und ich finde es dann halt eine Frechheit. Und mich nervt es selbst, dass die Leute dann hingehen und bei anderen YouTubern, die beim Projekt mitmachen, anfangen zu haten. Und ganz ehrlich, da muss ich mich fragen, was ist bei euch schiefgelaufen? Seid ihr irgendwie auf den Kopf gefallen oder was ist los? Denkt doch mal vorher drüber nach und hinterfragt mal, worauf kommt es bei einem Roleplay-Server drauf an? Da kommt es nicht drauf an, ob wir jetzt Mittelalter spielen oder ob wir jetzt Wilder Westen spielen. Sondern es kommt einfach drauf an, was für eine Story steckt dahinter. Was macht das Ganze interessant? Was macht das Ganze Roleplay interessant? Wenn jeder sagen würde, okay, man darf nicht das gleiche Thema benutzen, in dem Falle Wilder Westen. Dann müsste es wirklich von jedem Thema nur einen Film zum Beispiel geben. Ein Horrorfilm, ein Westernfilm etc. pp. Weil jede andere Filme, die folgen, werden ja dann auch logischerweise abkopiert. Aber ist es nicht. Es ist zwar die gleiche Grundidee dahinter mit dem Zeitalter, wie jetzt hier Wilder Westen. Aber im Endeffekt ist die Geschichte immer anders da. Es spielen immer andere Charaktere. Es spielen immer andere Storys. Es ist immer eine andere Vorgeschichte und etc. Denkt doch mal vorher drüber nach, bevor ihr anfangt, irgendwelche Leute einfach nur zu haten. Sondern denkt mal drüber nach, okay, stimmt, die haben ja recht. Es ist eine andere Vorgeschichte. Es ist einfach direkt zu sagen, ach, das Spiel im Wilden Westen ist abkopiert von Desperado. Aber dass es eine andere Vorgeschichte hat, dass alles komplett anders da ist, von Anfang an aufgebaut. Das sieht im ersten Moment niemand. Und ich muss euch ehrlich sagen, so, da hat es an der Tür geklopft. Ja, wie gesagt, es ist einfach zu sagen, man würde haten, man würde andere Leute kopieren. Denn vorher solltet ihr euch vielleicht mal überlegen, haben sich die Leute nicht Mühe gegeben? Haben die sich nicht was Eigenes ausgedacht? Was in unserem Fall ja so ist. Und ich finde es wirklich schade, dass selbst YouTuber sich auf dieses Niveau begeben, um andere wegzuhaten. Dieser Dislike-Button, ja, unter den Videos sollte eigentlich für konstruktive Kritik sein. Bedeutet, man bewertet, äh, was weiß ich, den Inhalt, aber nicht einfach nur so, um zu haten. Und selbst die Kommentare, ganz ehrlich, ihr braucht unter meinem Video hier keine Kommentare schreiben, von wegen, es wäre eine Kopie von Desperado. Weil ich habe es gerade erklärt, dass es keine Kopie ist. Wisst ihr, Leute, ich bin für jede konstruktive Kritik dankbar. Und ich nehme jede konstruktive Kritik an. Ja, jeden Vorschlag, den ihr mir gebt. Ich habe mir selbst gesagt, ihr könnt mir Vorschläge machen für Mods, die ihr vielleicht kennt, die man vielleicht noch mit reinnehmen kann. Ja, oder auch eben für ein cooles Texture-Pack. Weil ich benutze jetzt eins, das sieht halt scheiße aus bei Western. Aber was soll ich machen? Ja. Ähm, ihr könnt mir gerne immer konstruktive Kritik schreiben. Das ist gar kein Problem. Aber hört auf mit der Scheiß-Haterei. Weil ganz ehrlich, wir geben uns Mühe für euch, um für euch ein cooles Video zu machen, um für euch was Cooles zu machen einfach, um euch damit eine Freude zu machen, weil wir denken, okay, komm, das könnte euch gefallen. Seid doch so gut und nehmt es doch an und denkt doch mal vorher drüber nach, bevor ihr irgendeinen Kommentar schreibt. Ich weiß jetzt, von meinen Abonnenten war das niemand, ja. Das weiß ich. Aber ich weiß, dass es von anderen Leuten war und von den Leuten weiß ich das auch mit Sicherheit. Und ich finde es halt einfach scheiße, auch wenn die Leute jetzt mein Video hier weghaten und disliken und keine Ahnung was. Mal ganz ehrlich, habt ihr nichts zu tun, habt ihr nichts in eurem Leben zu tun, als auf andere Videos zu gehen, um die einfach nur zu haten? Guckt ihr euch die überhaupt vorher mal an? Also ich finde es echt scheiße und ich bin auch von diesen Leuten echt enttäuscht, weil ich von denen mehr erwartet hätte. Aber gut, so ist es im Leben eben. Man wird enttäuscht. Wie gesagt, also wir sind keine Kopie von Desperado. Mich nervt es auch, das alles jedes Mal neu erklären zu müssen. Daher dieses Infovideo jetzt, wo es nochmal erklärt worden ist, wir sind keine Kopie. Zur Not lest euch auf der Homepage nochmal die Geschichte durch und die Charaktere. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch gerne auch bewerben für das Projekt über die Homepage. Da gibt es einen extra Bewerber-Button. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, was wahrscheinlich die Mod-Vorstellung sein wird. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, hört auf, andere zu haten. Und tschüss! Tschüss!